WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist ein scheiß Sniper dahinten Was war schon oben? Fliesenjäger Häh? Sag mal, ich zeig dir gar keinen Schaden haben, wenn ich jemand dran schieße Ich will ihn doch nicht Ach, die hat die Waffe keinen Schaden Die hat die Waffe keinen Schaden Oh, ein Bofi, was machst du mit der Bofi? Sie ist leider nur weg da Ich muss immer schieben, das ganze Spielschule nicht Ey, ich schieße auf die Waffe keinen Schaden Ich finde immer eine Schadenanzeige Oh nein Was ist denn jetzt? Ja, dann lagen zwei Granaten ineinander Weil jetzt die Waffe jetzt Und dann wird die doch rausgrühen oder was soll ich denn? Boah, nein, jetzt ist wieder noch ein Weg, Alter Dann fahr ich jetzt mit ihm weg, oder? Boah, ey Nee Defekt da Ja Uh Schnorzel Und wieder rot Oh 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 Ja, ey Ich schieße mit meiner Stafford Mit meiner Stafford Ich kriege hier mal eine Anzeige Die findet hier nichts Schmeif doch bei mir Ich kann überlegen, dass wir die Waffe ankommen werfen Ey, ich krasse die noch aus mit dem Schaden Ja, die kostet die los Die gucke ich überhaupt nicht rein, er wird nicht sehr hoch Oder der wird schon mit dem Schäften Ich will das Waffe gar nicht mehr was ich Ich bin doch mal, ey Ich bin für die Böse draußen, die Feuer Ei Ey, ich hab auch ein Trinkstieder überlegen gemacht Auch hier kommt eine Granate Ich habe eigentlich, ähm, meine Ulti gesetzt Ich verstehe es nicht, ey um die meisten der Stimme ich steh auf und brenn sofort wieder unten und ich kann nicht weg springen weil du da liegst Meinst du dass die Gegner sich echt... ey das gibts nicht! dass die Gegner sich anpassen für den G-Score Ich bin auf Waffenschaden wieder. Ey Bufi, dann stell dich doch mal weg da. Wenn du einfach die Grenaden stehst, dann brichst du das ja auch nix. Er lehnt sich da wieder an die Wand ran, ey. Oh Mann. Das muss ich... Das gibt's ja gar nicht. Das nehm ich auf, ey. Das stell ich ins Netz. Boah, sag doch mal, was ich hier wiederbelebt. Ich guck gerade auf mein Handy drauf und guck wieder aufs Handy drauf. Ja ey ey, guck mir die Scheiße an, Mann. Wenn ich tot bin, guck wieder aufs Handy drauf, ey. Ey, sag doch, das ist wieder angepasst, Mann. . Buh, guck. went. Gun.